Vielen Dank, wie gesagt, die aktuelle Single. Ja, und es gibt wunderbare Mitmachschlager auf diesem Album. Es gibt ganz rhythmische Songs, es gibt natürlich auch wunderschöne Balladen. Ja, der nächste bringt uns ein bisschen in den Süden, meine Damen und Herren. Natürlich dürfen auch diese Lieder nicht fehlen. Ich nehme sie gern musikalisch mit nach Griechenland, nämlich den Sommer auf Rhodos.